Robert Habeck durfte sich tatsächlich ins goldene Buch der Stadt Werningerode in Sachsen-Anhalt eintragen. Ihr habt richtig gehört, der hochgeschätzte Wirtschaftsminister Robert Habeck steht in diesem goldenen Buch. Und jetzt wird darüber diskutiert, wird dieser Eintrag gelöscht, wird es rückgängig gemacht, dass diese Eintragung erfolgt ist. Aber ich kann euch schon vorweg sagen, es wird nicht passieren. Wir gucken uns die Situation ganz genau an, denn in dieser Stadt sind bereits im September zahlreiche Diskussionen in diesem Jahr losgegangen, ob er sich überhaupt dort hätte eintragen dürfen. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du kritischen Content magst, bist du hier genau richtig. Und wir sehen das einmal hier. Da ist so ein Video jetzt aufgetaucht, vor kurzem nämlich, hat hier gut, ordentlich Reichweite erzielt mit über 60.000 Aufrufen, wo die Bürger sehr, sehr ungehalten wurden bezüglich dessen, dass der Oberbürgermeister der Stadt, Werningerode, hingegangen ist und gesagt hat, ja, ja, klar, bei uns wird jetzt hier der Herr Habeck vorbeikommen und wir werden ihn gebührend empfangen. Er macht eine tolle Politik und wir müssen ja gar nicht bewerten, wie diese Politik ist und welcher Partei er angehört. Aber es gebührt der Anstand, dass der Herr Habeck sich in das goldene Buch unserer Stadt einträgt. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn zahlreiche der Bürger und eine Dame hat wirklich sehr gute, ordentliche, sachliche Kritik geäußert, wurde dann teilweise aber auch, ja, nicht ganz so vervollgenommen, habe ich das Gefühl. Also wirklich unfassbar. Schaut euch das Video, verlinke ich euch unterhalb, gerne mal in Ruhe dazu auch an. Es ist wirklich unfassbar. Man muss sich doch mal überlegen, wofür ist ein Oberbürgermeister da? Um die Bürger und deren Interessen zu vertreten. Ich weiß, in der Theorie. Dementsprechend, wenn das Volk jetzt sagt und in der Mehrheit sich dagegen ausspricht, dass jemand da zu Besuch kommt und dass der sich dann in ein Buch einträgt, in das goldene Buch der Stadt, dann ist es doch an dem Bürgermeister zu sagen, okay, schönen guten Tag Herr Habeck, ich begrüße Sie sich hier, die Bürger haben sich gegen Sie ausgesprochen und möchten nicht, dass Sie in dieses Buch eintragen. Punkt. Ganz einfach. Aber nein, offensichtlich interessiert unsere Obrigkeit, von der wir regiert werden, wieder mal nicht, was das Volk wirklich möchte. Und das geht mir persönlich wirklich stark gegen den Strich. Aber wir gucken erst mal, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Benningerode. Und ich habe mal hier die Bildersuche bei Google angeschmissen. Wirklich ein uriges, altes Städtchen. Wirklich landschaftlich auch toll gelegen, hier mit dieser riesengroßen Burg oder Schloss, irgendwo vor dem Toren des Schwarzwald, äh, Harz, im Landkreis Harz. Aber Schwarzwald bin ich wie ganz woanders. Und gehört nämlich auch zum Landkreis Harz. Hat eine Einwohnerzahl von 32.000, also so eine mitteldeutsch große Stadt. Ist das ja ungefähr. Hier auch nochmal ein paar schöne Bilder zu sehen von der Gegend und allem drum und dran. Also wirklich toll. Dann sehen wir hier weiterhin das goldene Buch. Ein goldenes Buch, heißt es bei Wikipedia, ist ein in Gemeinden, Städten und Landkreisen verwendetes Buch, in dem sich Ehrengäste während eines Besuchs eintragen dürfen. Die Bezeichnung ist sinnbildlich, aber auch wörtlich in Bezug auf den Goldschnitt der Seiten und Vergoldungen am Einwand zu sehen. So, und bereits im September. Im September haben sich die Bürger bei Facebook lautstark dagegen ausgesprochen. Zitat, wir sagen nein zur Eintragung vom Robert Habeck in das goldene Buch der Stadt Wernigerode. Es muss von heißen, nebenbei gesagt. Es hat wieder mal keinen interessiert, denn diese Eintragung wurde nachweislich gemacht. Wir können es hier beispielsweise bei einem Bild bei der Volksstimme sehen. Energieministerkonferenz im Harz. Und die hat da halt stattgefunden, da war dann der Habeck halt vor Ort und hatte dann die Gelegenheit, sich dort auch einzutragen. Und wie die Bittsteller stehen sie daneben und zeigen ihm dieses Buch. Du kannst es an Lächerlichkeit wirklich nicht mehr übertreffen. Ich finde es auch arg peinlich, wenn der Bürgermeister dann hier seine tolle Kette des Bürgermeisters trägt und um hat. Das erinnert mich daran, ich habe vor Monaten ein Video darüber gemacht. Ich glaube, dieser Frankfurter Oberbürgermeister war es ja auch, der die sehr gerne getragen hat. Und da hat mir dann ein großer Zuschauer noch geschickt. Ja Olli, das trägt der ja zu besonderen Terminen und so. Das ist ja wichtig. Ja, kann er machen. Kann er auch sein lassen. Ganz ehrlich. Oder ein anderer Bürgermeister, weiß nicht mehr genau, welche Stadt das war, trug dieses Ding auch für irgendwelche Fotos und sonst was. So eine Selbstbeweihräucherung. Ich finde es unangenehm. Ich finde es so unangenehm. Also absolut albern. Aber Herr Habeck hat sich, wie gesagt, in dieses hier nämlich eingetragen. Und hier in der Volksstimme hieß es beim Oktober diesen Jahres nämlich daraufhin schon, Debatte in Wernigerode, wird Robert Habecks Unterschrift im goldenen Buch gelöscht? Da kam die Frage schon auf. Und wenn wir uns den aktuellen Artikel vom 8.12. dazu angucken, Zoff um Robert Habeck steht Eintrag ins goldene Buch von Wernigerode vor der Löschung. Wernigerodes Stadtrat hat über die Streichung der umstrittenen Unterschrift von Bundesminister Robert Habeck im goldenen Buch abgestimmt. So und jetzt dürft ihr dreimal raten. Ich habe es am Anfang des Videos ja schon so ein bisschen geteasert, ob es denn gelöscht wurde bzw. wird ja oder nein. Nein, nein, ich kann es leider verneinen. Es wird nicht passieren, denn es heißt in diesem Artikel, das Gremium hat am 7. Dezember mit sehr großer Mehrheit und unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die Löschung gestimmt, wie Oberbürgermeister Tobias Kascher von der SPD nach der Sitzung auf Anfrage der Redaktion informiert. Ja Leute, dann sollte man sich Gedanken darüber machen, ob dieser Oberbürgermeister Herr Kascher von der SPD der richtige Oberbürgermeister für diese Stadt ist. Wenn er wiedergewählt wird, offensichtlich, dann war das nur eine kleine Minderheit, die sich dagegen ausgesprochen haben. Wenn er nicht wiedergewählt wird, dann sollte das ein ordentlicher Denkzettel für den Herrn sein, dass er eben die Bürgerinteressen dort nicht vertritt, so wie die Bürger sich das vorgestellt haben. Ganz einfach. Und in Wernigerode haben sich schon zahlreiche bekanntere Politiker in diesem Buch verewigt. Hier zum Beispiel Hans-Dietrich Genscher, der hat es auch verdient gehabt, Otto Schilly, Norbert Röttgen und Jens Spahn. Ja, mit den Jahren wurde die Qualität anders. Sagen wir mal anders dazu, sonst kriege ich wieder Anwaltspost, weil der ein oder andere Mimose am Rumheulen ist. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber es ist interessant, wie hier vorgegangen wurde, dass man es irgendwie hat versucht, durchzuboxen und zu machen. Und die Dame beispielsweise bei diesem Video, welches ich am Anfang auch angesprochen habe, hat es ja auch richtig geäußert und auch richtig gesagt, dass die Bürger diesen Mann nicht haben wollen, beziehungsweise seine Unterschrift in diesem Buch haben wollen. Warum wird sich denn hier so klar dagegen gesetzt, dass man ihn unbedingt in dieses Buch einschreiben möchte? Man kann ihn ja begrüßen und auch ein schönes, leckeres Buffet machen, Dinner oder sonst was. Aber solch eine Ehre, in so ein Buch der Stadt, in ein goldenes Buch der Stadt einzutragen, das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Und die Dame hat ja auch keine wirklich nachvollziehbare Antwort auf ihre Frage in diesem Video dann vom Oberbürgermeister und seinen Lakaien bekommen. Insofern, warum soll er sich da eintragen? Was hat er denn geleistet für die Stadt Wernigerode und die Bürger? Die Energiepolitik in Deutschland, die komplett schiefgelaufen ist? Die Ampelpolitik generell seit zwei Jahren? Die kann es ja eigentlich jetzt nicht so sein. Muss man ja mal dazu sagen, würde ich behaupten. Aber interessant ist auch, wenn wir uns dazu noch angucken, die Ergebnisse, wie ist der Herr Kascher als Oberbürgermeister gewählt worden? Das Ganze war im April 2022 und das Ganze ist dann hier relativ gut ausgegangen für ihn. Im ersten Wahlgang mit 5.800 Stimmen, also hier 44,8 Prozent. Der zweitplatzierte Ralf Schult von der Buko e.V. mit 20,9 Prozent. AfD hier mit 6,1 Prozent weiter abgeschlagen. Die CDU war ebenfalls auch noch davor und dann gab es hier die Stichwahl und da hat er dann mit 54,7 Prozent die Wahl gewonnen. Und ich halte euch am Laufenden und bin gespannt, was dann bei der nächsten Wahl rauskommen wird. Denn wenn man sich jetzt hier mal die aktuelle letzte Landtagswahl Sachsen-Anhalt anguckt, von 2021 in der Stadt Wernigerode, sieht man, dass die CDU hier wirklich sehr, sehr stark ist. Auf dem zweiten Platz schon die AfD, dahinter die SPD, dann die Linke, dann die FDP, dann die Grünen. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Situation zu sagen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.